Uns erreicht immer mal wieder die Bitte aus der Community, näher auf die Option DWC einzugehen. DWC, Dynamic Wheelbase Control, also dynamische Radstandskontrolle. Mit den beiden Funktionalitäten Opti-Turn und Opti-Load. Opti-Turn arbeitet bei Geschwindigkeiten unter 30 kmh und bei Kurvenradien kleiner 60 m, jeweils ermittelt über die ABS-Sensoren und ist daher nur temporär aktiv. Daher erlaubt der Gesetzgeber die Achsen 1 und 2 mit jeweils 130% auszulasten. Allerdings nicht mit 130% der technisch möglichen 9 Tonnen Achslast, sondern nur mit 130% der vom Gesetzgeber vorgegebenen 8 Tonnen Achslast im 3-Achse-Aggregat. Opti-Load arbeitet permanent und daher regelt das System die Auslastung von Achse 1 und 2 auf jeweils 100%. Dann allerdings von den technisch möglichen 9 Tonnen Achslast und den kleineren Rest trägt dann die Achse 3. Damit DWC möglichst einwandfrei arbeiten kann, sollte dein Auflieger möglichst gleichmäßig beladen sein. Bei zu viel Last an der Stirnwand stößt das System an seine physikalischen Grenzen. Und wenn du dann auf der Strecke deine erste Achse liften möchtest, musst du zunächst am Unterpunkt Liftachse Opti-Turn und Opti-Load deaktivieren und dort findest du auch den Schalter für die Anfahrhilfe. Bis zum nächsten Mal.